Hier gibt es auch wieder eine Höhle, äh, die können wir erforschen. Das ist zwar nicht das Ziel, was wir gerade haben. Kein Platz. Wasser. Oh, gut, ist zu wissen. Na, komm her. Okay, da weiß ich jetzt noch nicht, ob wir da überhaupt hoch können. Ähm, ich glaube, dann gehen wir nochmal die Ärzte verkaufen, die wir haben. Dann haben wir auch noch wieder Platz für... Na, na. So, äh, hoch, hier hoch? Ne, da hoch. Ich muss mir auch gucken, dass ich Wege bastle, damit ich wieder hochkomme. Zack. Äh, und... Noch nicht das ganze nächste Level. Schade. Ist hier oben überhaupt noch Erz? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier oben ist noch ganz ein Erz. Hätte ich nämlich gesagt, dass wir ganz einfach, äh... auch das Erz von oben müssen, äh, mitnehmen. Ich muss jetzt bei meiner Aufnahmezeit minus 20 rechnen. Ich muss trotzdem auf die Zeit achten. Ähm... Dann haben wir da nochmal ein Erz. Oder zwei. Ist gar ganz gut. Dann haben wir nochmal ein Erz. Ist ja... Awesome! Sarkazit. Und dann haben wir unten wieder so'n Vieh. Und dann müssen wir uns hier vorbeibauen. Und dann haben wir schon nochmal Kupfer. Können wir auch mitnehmen. So. Ah, ist ja klar. Wie, wie ist das denn? Bäh. Oh. Stimmt, das sind solche Steine. Voll vergessen. Na. Kein Platz mehr. Werf ich das mal weg? Ich weiß ja nicht, was jetzt, äh... Also, das ist auf jeden Fall mehr wertig. Das ist das Erz, was ich da rausbekomme. In den Schrotimium ist ja nur einer. Na? Sarkazit haben wir auch nochmal jetzt. Und dann haben wir wieder so'n Vieh. Boah, lecker. Boah, lecker. Coole Sache. Wir haben unten echt nix mehr, oder? Wir machen jetzt hier nur noch unsere eigenen Höhlen gehen, oder? Da ist irgendwas. Was ist im Hintergrund? Zack. Zack. Woll, da haben wir wieder Licht. Ach, als ob wir jetzt hier Straken runter nach der Sieben müssen. Come on. Ähm. Huch, Sarkazit. Nochmal Sarkazit. Nee, aber... Den können wir wegwerfen. Den gehen wir mal nach oben. Können wir... Irgendwie... Schneller nach oben. Gibt's dafür was? Nee, ne? Ah, müssen wir jetzt hier... Mhh. Boah. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, ich bruch nicht. Na, komm. Ich bin die eigentlich nicht. Nee. Aber jetzt müssen wir jetzt auch in die nächste Lelle bekommen, ne? Oh, mittlerer Beutel. Und Lampe. Nice. Äh, wie teuer ist das denn? Oh, wie viel haben wir denn? 70. Nein, jetzt hab ich die Leiter aus Rücken gemacht. Ja, holen wir die. Ah. Dass ich die nicht verkaufen kann wieder. Das ist doch doof. Ähm. Hm. Ah, ich kann mir auch noch mit den Leitern setzen. Halt. Da kommen wir ja gar nicht hin, ne? Außer von oben. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Zack, zack, alles weg hier. Alles weg hier. Da kommen wir nicht durch. Schade. Weißt, da sind ja auch solche Fallsteine oben? Die können vielleicht können die Daumen so ein bisschen... Ne, ok Hier können wir auch nochmal mitnehmen Oh, hier haben wir auch wieder Massig Erze Uh, hier ist irgendwas Komisches Hast du schon kaputtes Stein? Interesting Kein Platz mehr für Kupfer Weiß nicht, ich glaube Kupfer ist halt ein Mehrwert Das hier gerade sogar No Die wollte ich doch gar nicht platzieren Oh, hier geht wenigstens mit runter Boah, hier sind zwei Viecher wieder Ich glaube, wir müssen eh wieder rechts rüber jetzt Weil Pfeilzeug geht nach rechts Also Eventuell Ist jetzt schlauer und nach rechts wieder rüber Das ist natürlich nicht so nice Boah Das ist natürlich jetzt nicht so nice Dass da oben so ein Stein ist Dann sind wieder Viecher Komm schon Ich hab Vieh tot, bevor das Nein Ah Soll ich jetzt nach unten Straight, aber Wo soll ich erst verkaufen gehen? Ich will die gerade, ob ich erst verkaufen gehen soll Ich glaube, ich gehe erst mal verkaufen, bevor ich jetzt hier unten weiter buddel Ähm Wollen wir jetzt hier mal eine Treppe heben Ja, ich brauche nicht, du hu Oh Oh Und Oh, nochmal Kohlelaterne Nice Ich kaufe das Ähm Ah, mit diesem Lamm kannst du Ähm Ah, das ist ein Platzierlamm mitnehmen Aha Das sind Leuchtlampen Naja, vielleicht brauchen die auch nicht so So Naja Naja, bin ich nicht mit Möchte ich nicht Möchte ich nicht Möchte ich jetzt eigentlich schneller Bin ich Was ich gar nicht jetzt Ich hab grad nicht drauf geachtet Aber du bist Okay, geil Okay Geil 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 Das ist natürlich, äh Ganz geil Und da ist Wasser Guck mal, wo das Wasser ist So Jetzt geh ich hier rein So Jetzt geh ich hier rein Wuh! Okay! Haben wir noch so fettes Vieh? Jamsch! Kann ich auf die Tür töten? Will ich glaube ich gar nicht. Ich bin schon gestirbt, gestirbt. LOL! Okay, ich will mit dem Phoenix zu tun haben. Scheiß, ich muss doch wieder aufhören. Wo hab ich denn jetzt? Hast du aufgesammelt? Scheiß, ich muss doch wieder aufhören. Geh doch hier raus! Oh Gott! Wie muss ich da ja? Was? Oh! Aha! Dafür ist es aber so gut. Das ist natürlich interesting. Das ist natürlich sehr geil. Das war's.